Der Glaube der Götter Währenddessen näherte sich das Piratenschiff, auf dem sich Ominusis befand, der Insel Capritalda, unwissend davon, dass dieser dies auch zu erreichen hatte. Der Abend dämmerte bereits und Kapitän Barbarossa schien sein Versprechen zu halten. Als die Sonne zur Hälfte hinter dem Horizont verschwunden war, trat der stämmige Kapitän in die Kabine, welcher als Vorratsraum diente und der einen sehr hungriger und durstiger Ominusis hatte. Der Hunger hatte sehr an seinen Kräften gezehrt, war am Anfang der Reise noch einigermaßen kräftig gewesen, so hingen seine Gliedmaßen nun schlaff umher. Seine Kehle dürstete es nach Wasser und wenn er auch Speichel gehabt hätte, so wäre ihm dieser bei dem Anblick der Speisen, die der Kapitän ihm vor die Nase gestellt hatte, im Mund zusammengelaufen. Als er die schweren Schritte des Piratenkapitäns hörte, der langsam die Holzstufen hinabstieg, öffnete er Mann seine Augen. Der Kapitän stellte das silberne Tablett mit den Speisen von dem kleinen Hocker herunter, um sich auf diesen zu setzen. Als er dies getan hatte, fragte er seinen gefangenen Spitz, Genießt ihr euren Aufenthalt? Ominusis schüttelte geschwächt sein Haupt. Der Kapitän nickte mit Ernst Dominium zu und sprach dann mit einem Lächeln, das seine vergilbten Zehen offenbarte. Ei, das kann ich mir gut vorstellen. Ich kann euch aber euren Aufenthalt angenehmer gestalten, indem ich euch als meinen Gast betrachte. Darum frage ich euch, wie sieht es aus? Habt ihr mein Angebot überdacht? Ja, ich heiße Ominusis. tönte Smat von dem Helden. Lachte der Kapitän laut aus und löste die Kette mit eines Schlüssels, den er in einer seiner Taschen verborgen hatte. Er wusste, dass der Gefangene durch den Hunger, den Durst und die Hitze, die er auf Eruptus zu erdulden hatte, geschwächt war und sah so keine Bedrohung durch diesen. Als er die Ketten gelöst hatte, ließ sich Ominusos an den Mast geschwächt herabkleiden, sodass er sitzend an diesen lehnte. Der Kapitän reicht ihm das Tablett und stellt ihm dazu noch einen vollen Krug Wasser hin. Er ist vorsichtig, doch dann eilig ergriff der Held Trank und Speisen und verzehrte diese stinkend, während der Kapitän ihn dabei beobachtete. Nachdem er ihn eine Weile so beobachtet hatte und er sich sicher war, dass er seinen Magen wenigstens zur Hälfte gefüllt hatte, fuhrt der Kapitän fort. Ihr also seid Ominusos. Es kann nicht schaden, euch dauerhaft als meinen Gast zu behalten. Den Sohn eines Kriegsgottes auf seiner Seite zu haben, kann nicht schaden. Ich würde es vorziehen, wenn ihr mich bei der nächsten Gelegenheit in einem Hafen absetzen würdet. Erwiderte der Held, während er weiter aß. Ich glaube, das habt ihr nicht zu entscheiden. Erwiderte der Kapitän streng, aber auch witzelnd. Ich bin ein Herrscher, ich gebe die Befehle. Rief Ominusos gekränkt aus. Er war es offenbar nicht gewohnt, dass sie an ihm Befehle erteilte. Kapitän Barbarossa stand erzürnt auf und rief den geschwächten Mann entgegen. Ihr seid hier auf meinem Schiff und da gebe ich die Befehle. Besser ihr gewöhnt euch daran, denn so lauten die Regeln. Mit diesen Worten drehte er sich um und verließ die Kabine um an Deck zugelangen, wohin die versammelte Mannschaft aus Piraten schon erwartete. Der eine sah schlimmer und grausamer aus als der andere und fies grinsende Mienen betrachteten hinterlistig den Kapitän, wartend auf die Information, die er erhalten haben mochte. In einem Halbkreis stand die Menge um ihn und wartete gespannt, als er gelassen die Tür hinter sich schloss und sich dabei, offenbar mit voller Absicht, sehr viel Zeit ließ, um die Spannung zu erhöhen. Meine lieben Freunde! Begann er mit einem zynischen Grinsen. Gerade eben habe ich mit unserem Gast gesprochen und er hat mir verraten, dass er der große Ominösus, Sohn des Maares ist. Mit dem Sohn des Maares an unserer Seite wird auch das Kampfglück mit uns sein. Stadt für Stadt werden wir plündern und vielleicht werden wir sogar ein ganzes Reich gründen können. Er trat durch die Menge, die eine Schneise bildete, vor an den Buch des Seglers und spreizt die Arme weit auseinander, wobei er in den Himmel blickte und an Maares appellierte, Ehrwürdiger Kriegsgott, Vernichter und Zerstörer, schenke uns deine Macht, gebt mir ein Zeichen, dass ihr uns erhören werdet. Euer Blut wird vom Himmel regnen, wenn ihr meinen Sohn nicht freilasst. Schmerzhaft und leidvoll wird euch der Tod ereilen, gehorcht ihr nicht meinem Befehl. Erwiderte die kriegerisch hallende Stimme Maares direkt von Himmel zu Tönen schienen und die Mannschaft ängstlich zusammenzucken ließ. Ein unsicheres Raun ging durch die Reihen, Fetzen von ängstlichen Geflüster halten durch die Luft und selbst der mutige Kapitän musste ängstlich schlucken. Als dann auf einmal der Himmel sich nur über dem Schiff verdunkelte und ein Regen aus Blut auf das Schiff niederging, dessen Tropfen langsam wie Schnee hinabfielen, sodass man die kleinen, leitenden Gesichter auf diesen erblicken konnte, die qualvolle Fratzen zogen und leidig, die im Fegefeuer schrien, brach Panik auf dem Schiff aus. Alle liefen von Furchtergriffen her und flehten ihren Kapitän auf den Knien kriechend an, den Gefangenen freizulassen. Barbarossa stand mit erstaunt geöffnetem da und betrachtete das Böse oben, ehe er es nach einigen Minuten nicht mehr ertragen konnte und verzweifelt schrie Genau in dem Augenblick verstunken die gequälten Schreie und die Wolken samt Blutregen verzogen sich so schnell und plötzlich, wie sie gekommen waren und ließen ein Piratenschiff mit lauter wimmernden Piraten zurück, die vor Angst noch geschockt und zu keiner Handlung fähig waren. Nur der Kapitän hatte noch genug Courage, sich einst zu seinen Gefangenen zu begeben und diesen Zehren an Bord zu bringen, um ihn hastig zu erklären, dass er frei sei. Je dieser das fassen konnte, wurde er auch schon mit einem Beuteproviant in eines der Beibode gedrängt und von dem Kapitän abgeseilt, sodass er sich frei bewegen konnte. Während der Held, noch verblüfft von seiner schnellen, übereilten Freilassung, fassungslos in dem kleinen Boot saß, er entfernte sich der schnelle Segler uneinholbar. Nie wieder Gefangene! Sprach Barbarossa zu sich selbst, als er das Steuer anpackte und Befehl gab, noch mehr Segel zu setzen, damit sie den Unheizboden möglichst schnell verließen. Und Minusos sah noch eine Weile dem Schiff hinterher, während die Sonne langsam begann, komplett hinter dem Horizont zu verschwinden. Es würde nicht mal mehr eine Stunde dauern, wie sie völlig verschwunden wäre, weshalb der Sohn des Mares sich umblickte, da er nicht in völliger Dunkelheit auf einer Nussschale in ihm unbekannten Gewässern treiben wollte. Er konnte nur eine einzige Insel ausmachen, die von scharfen Klippen umgeben war. Hätte er eine Wahl gehabt, so hätte er sich anders entschieden, denn ob schon die scharfen Klippen für ihn gefährlich wirkten, so konnte er auch an den Wirbeln im Wasser erkennen, dass gefährliche Strömungen die Insel umspülten und sein Boot mit Sicherheit an die zahlreichen kleinen Felsen, die aus dem Wasser ragten, schlagen würden, sodass dieses zerschellte. Doch Not kennt bekanntlich kein Gebot, weshalb er in Richtung der Insel paddelte. Als er sich ihr auf etwa 50 Meter Entfernung genährt hatte, kam, was er vorher gesehen hatte. Eine der Strömungen ergriff sein Boot und zog es mit so gewaltiger Kraft in Richtung einer der Felsen, dass es dem Helden unmöglich war, das Zerschwellen zu vermeiden. Im letzten Moment sprang er von dem Boot ab, welches daraufhin mit einem lauten Krachen lauter Holzteile zersprang und paddelte erfolglos gegen die Strömung an. Sie trieb ihn zu einem weiteren Felsen, an dem er sich festhielt. Mit aller Kraft gelang es ihm, sich an diesen entlang, auf dessen andere Seite zu hangeln und eine weitere Strömung zu erreichen. So näherte er sich mit großen Umwegen langsam den Strand, den er erschöpft in der Dunkelheit der Nacht erreichte. Er hatte es geschafft, dachte er, und koch erschöpft und von den mehrfachen Aufprallen auf die Felsen entkräftet, etwas weiter an Land, wo er eine Art Höhle in den Klippen sah. Es war vielmehr eine Art große Nische, da sie nur einige Meter in den Fels führte. Dort kam der Held erschöpft zum Liegen und schloss die Augen, um in einen tiefen Schlaf zu fallen. Die Sterne glitzerten an dem magisch schönen Firmament und erzählten mit Hilfe der Fantasie Geschichten, die nie passiert und Abenteuer, die nie erlebt worden sind. Doch dass Sachen nie passiert sind, bedeutet nicht, dass sie nie passieren werden. Manchmal will es das Schicksal, dass eine Geschichte erzählt wird, deren Vorstellung überragend und deren bloße Existenz bedrohend erscheint. Eine Geschichte, die in den Dunkeln des Himmels zu schlummern scheint und darauf wartet, geweckt zu werden. Und so fühlte Panfaulus, als er unweit der Stadt Minas sich zur abendlichen Ruhe in einem der dichten Wälder auf eine bemovste Wiese zurückgezogen hatte, erneut ein Hauch von Schicksal, als er auf dem Rücken ruhend den Ausschnitt des Abendhimmels betrachtete, den ihn die kleine Lichtung bot. Ein Tribunal von Sternformationen, die ein Umriss so große Köpfe erkennen ließen, in denen jeweils zwei rote Sterne als Augen fungierten, schienen drohnend und verachtend auf die Welt zu blicken. Doch eine Sternschnuppe kam des Weges und zog eine Bahn über die Köpfe, ehe sie mit einem hellen Glühn erlosch. Nachdem sie verschwunden war, erlosch das Licht der Sterne, über die sie geflogen war. Und so entstand eine Forge durch die drei Köpfe, wobei auch deren Augen erloschen. Konnte es tatsächlich Zufall sein, dass gerade diese Sterne ihr Leben verloren hatten? Auch wenn diese Sterne gegangen waren, so war es weniger ein Ende als ein neuer Anfang. Denn wenn das Alter sein Tribut fordert, so müssen die Tributzwollenden gehen, damit neue kommen können, die das Alter ablösen und dort Neues schaffen, wo es gebraucht wird. Hm, ein Omen? Sprach der Faun leise vor sich hin und konnte sich, ermühtet durch die Aufregung des Tages, nicht mehr dem Drängen seiner Sicht ließen Augenlieder erwehren und fiel in einen tiefen Schlaf. Ereignislos streifte die Nacht am Panfaudus vorbei und er wachte am frühen Morgen, noch bevor die Sonne über den Horizont geklettert war, wobei man jedoch ihre Präsenz schon in Form von Lichtstrahlen sehen konnte, welche den Himmel sanft erleuchteten und ein zartes Orange in die Luft zauberten. Panfaudus streckte sich und begann mit seinen Hufen nach der Vorlage des Pergamentes ein Oktagramm und die dazugehörigen ätherischen Ruhen in den Erdboden zu gravieren. Als er damit fertig war, begab er sich in das Zentrum des Oktagramms, verschränkte seine Beine, schloss die Augen und begann zu meditieren. Zuerst schien nichts zu geschehen, doch nach etwa einer halben Stunde begann der Raum um Panfaudus blau-weißliche Kügelchen in der Luft hervorzubringen, die langsam blinkten und sich dem Faun näherten, um in ihm zu verschwinden. Als die erste dieser Mana-Kugeln in den Faun eintrang, begann die nördlichste Spitze des Oktagramms im pläulich weißen Farbton aufzuleuchten. Mit jeder weiteren Mana-Kugel gesellte sich mehr Mana in die Fugen im Boden, sodass es aussah, als wenn man in die nördlichste Spitze überaus langsam ein zähflüssiges Substanz gab, die sich langsam in den Fugen ausbreitete, und zwar in der Richtung, wie der Zaubernde die Fugen gezogen hatte. Nach und nach fühlte sich so mehr der Geraden und immer wenn einer der Spitzen vollkommen gefüllt war, begann die entsprechende Rune, weil es sich in der Spitze befand, ebenfalls aufzuleuchten. Als die Sonne den Horizont etwa zur Hälfte überschritten hatte und der Himmel nahe der Sonne in Gelb, Orange und Rot förmlich glühte, war die Beschwörung zu Ende und das Oktagramm war völlig gefüllt. Panfaulus stand auf und das Mana verschwand aus den Fugen und Ruhen, während sich die aufgewühlte Erde wie von selbst wieder klottete. Nur einen Augenblick später erschien mir ein fröhlichen Fieben, dass wie Pukiu klang aus dem Nichts vor Panfaulus eine wunderschöne, etwa fünfmal wie eher so große Motte, die ein mystisch-lilalen Körper und Flügel hatte. Auf dem Flügel befanden sich je zwei augenförmige Muster, die gelbe, halbgeschlossene Augen mit langen Wimpern imitierten. Der Saugrüstel der Kreator war zusammengerollt und kuschelig dicht behaart, wie eine flauschige Plüschdecke, während an der Oberseite des Kopfes zwei lange, gewundene Fühler entsprangen, die im Wind wehten. Majestätisch glitt die Motte in dem Himmel empor und glänzte mystisch funkelnd im Schein der aufgehenden Sonne, ehe die Kreator behutsam zu Boden glitt, vor Panfaulus landete und die Flügel zusammenfallte und ihn mit großen, Fröhlichkeit ausstrahlenden Augen erwartungsvoll anblickte. Souverän trat Panfaulus zu dem ihn überragenden Tier und streichelte fröhlich den flauschigen Kopf an der Stelle zwischen den zwei Fühlern, wobei das Wesen erneut ein fröhliches Pukiu von sich dies und zufrieden die Augen zukniff, während der Faun sprach, Na, wer bist du denn? Eigentlich hatte ich einen Teleportationszauber erwartet. Hm, Pukiu, Juhu? stieß die Motte fragend von sich. Panfaulus musterte das Tier, das ihn freudig beobachtete, als um es herum ging. Als er eine komplette Runde absolviert hatte, stellte er sich nachdenklich vor die Motte und fragte Verstehst du, was ich sage? Pukiu, Kiuu? war die Antwort des Wesens, welches zustimmt, nickte. Hm, ich schade, ich weiß, das mag seltsam für dich klingen, aber du bist auf eine mystische und bezaubernde Weise wunderschön. Vielleicht wäre das Wort anmutig besser. Pukiu, 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 antworte die Motte entzückt und schaukelt dabei freudig mit dem Kopf hin und her, wobei die Antwort wie ein katzenhafter Schnurrenklang. Absolut entzückend. Ich würde nicht übertreiben, wenn ich behaupten würde, dass ihr noch nie ein so freudiges und heileres Wesen begegnet ist. Aber du brauchst einen Namen. Hm, wie wäre es mit Luna? Dieser Name steht für Mystik und Anmut. Wird er dir gefallen? Pukiu, Pukiu, Panfaulus grinst freudig und sprach da etwas beschämt. Ich verstehe dich leider nicht, aber deinem heiteren Tonfall entnehme ich, dass der Name dir liegt. Bitte nicke für ein Ja mit deinem Kopf oder schüttel ihn für ein Nein. Die Motte nickte und Panfaulus sprach erfreut. Dann heißt ob jetzt Luna, meine geflügelte Freundin. Mein Name ist Panfaulus. Pukiu, erwiderte Luna freudig. Nun, wo wir uns etwas besser kennen, würde ich dich um etwas bitten wollen. Auch wenn es mich sehr erfreut, dass ich jetzt einen so anmutigen Gefährtin an meiner Seite weiß, so muss ich dennoch mich eilen, da ich eine wichtige Aufgabe zu erfüllen habe. Dazu müsste ich zunächst zu einer unwirtlichen Insel namens Capritalta. Diese allerdings ist auf dem Seeweg fast unerreichbar. Da gefährliche Strömungen sie umspülen, weigen sich die meisten Kapitäne sie anzusteuern. Zudem liegt südlich von ihr das Kap der zerbrochenen Träume. Ein Meer, das fast ständig von Unwettern heimgesucht wird und das mit räuberischen Piraten verseucht ist und daher von den meisten Seefahrern gemieden wird. Daher ist es fast unmöglich, diese Insel auf dem Seeweg zu erreichen, weshalb ich dich bitten möchte, mich zu ihr zu fliegen. In der Luft kann uns nichts passieren, sofern wir nicht den Umweg über das Kap der vorlorenen Träume wagen. Würdest du mir diesen Gefallen erweisen? Fragte Panfaulus offen und ehrlich, wo er den Kopf des Wesens sanft streichelte. Ohne zu zögern, ertönte von diesem ein frohes Puck you! auf den ein zustimmendes Nicken folgte, wobei sie zusammengefalteten Flügel öffneten und so eine erstaunliche Tragfläche vorzeigten. Du bist so nett, Luna! Bedankte sich Panfaulus und kletterte auf den Rumpf seiner neuen Begleiterin. Während er sich fest an den flauschigen Saum, der den gesamten vorderen Körperteil überdeckte, klammerte, um nicht herunterzufallen, hob Luna durch sanfte Schwingbewegung ab und befand sich schon bald in der Luft und flog Richtung Caprit Halter. Erstaunlich dabei war, dass die Flügel absolut keine Geräusche von sich gaben. Schnell zogen Wolken und Wind an dem Reiter vorbei, der über die erstaunliche Geschwindigkeit seines Reitiers überaus verblüfft war. Doch was er noch faszinierender fand, war der Blick nach unten. Aus der Luft wirkte alles so klein und die vorbeiziehenden Inseln wirkten im großen Meer wie kleine Steine in einem riesigen Bach. Während Panfaulus den Ritt und den Augesblick genoss, dachte er nach, wie lange es wohl dauern würde, bis er seinen Zielort erreichte. Mit dem Schiff hätte es sicher zwei Tage gedauert, doch mit dieser Geschwindigkeit, mit der er sich jetzt fortbewegte, war es lediglich eine Frage von Stunden, ehe er ankommen mochte. Geschwächt erwachte Ominussois in der ungemütlichen Felsnische, als die Sonne vollkommen über den Horizont gestiegen war, wie ihre Lichtstrahlen den Kriegshelden in der Nase kitzelten. Er streckte sich, um sich von dem ungemütlichen Schlaf zu erholen, ehe er die kleinen Wunden an Arm und Bein spürte, die ihn die schroffen Felsen, gegen die er durch die starke Strömung vorige Nacht geschleudert wurde, zugefügt hatten. Ein Blick auf das Meer wirkte ernüchternd, auch wenn die See ruhig war, so war doch kein Schiff in Sicht und da dieser Segen kaum erfahren wird, so wurde Ominussois klar, wird er auch so schnell keins erwarten dürfen. Notgedrungen suchte er die steilen Klippen am Strand nach einer Aufstiegsmöglichkeit ab oder nach einem besseren Unterschlupf. Als er den klaren Strand entlang lief, hörte er Rumoren, erst schenkte er diesen keine Beachtung, da er dachte, es würde von den kleinen Wellen herrühren, die sich an den Felsen im Wasser brachen, doch dann spürte er, dass es von seinem Magen stammte, der ihm anfing zu kneifen. Offenbar hatte ihn die salzige, würzige Meeresbrise, die er auf die Insel niederwehte, hungrig gemacht. Und damit kannte er schnell zwei weitere Probleme. Er brauchte Nahrung und noch viel Trinkender sollte auch eine Süßwasserquelle erschließen. Als er nach etwa einer halben Stunde schon langsam die Hoffnung verloren hatte, einen Zugang über die Klippen zur Inselmitte zu erreichen, erblickte etwas, das ihn ein wenig verblüffte. Er erreicht eine Stelle, an der die Klippen sauber abgetragen wurden und eine sandige Piste eine Auffahrt gleich mit sanfter Steigung nach oben führte. Die Piste erschien viel zu glatt und linear für ein Werk der natürlichen Erosion und daher vermutete er rasch, Überlegung aus, da die Insel für sie fast unerreichbar war. Nur ein guter, trainierter Schwimmer hätte die Strudel überwinden können und die Zufuhr von Baumaterialien und Werkzeug hätte sich als eine schwere und überaus komplizierte Aufgabe dargestellt. Der knurrende Magen jedoch schob die Fragen schnell beiseite und drängte seinen Besitzer auf Nahrungssuche, sass ominus so achtsam die Rampe nach oben beschritt. Dort angekommen offenbarte sich ihm der Blick auf eine lange Sandwüste. Düne an Düne reihte sich aneinander und brote einen eintönigen fast leblosen Anblick, der einst von einigen rundlichen Kakteen, die wie grüne Bälle mit Stacheln anmuteten, unterbrochen wurde. Ein genaueres Hinblick des Helden offenbart ihm jedoch, dass sich hierbei nicht um gewöhnliche Kakteen handelte, sondern um die seltenen Volvokia Kakteen. Er hat es schon in einigen Büchern über diese bizarren Organismen gelesen, jedoch noch nie einen zu Gesicht bekommen. Aufgrund ihrer Seltenheit und den köstlichen Geschmack ihres überaus reichlichen Fruchtsaftes gelten sie als eine begehrenswertige Delikatesse. Hinzu kommt noch, dass man ihnen nachsagt, dass sie eine erstaunliche Bandbreite an Heileffekten haben. Jedoch gibt es noch einen weitaus bedeutenden Grund, warum auf den diversen Märkten für Feinschmecker die Volvokia Kakteen einen fast astronomischen Preis erzielen. Hat man die ohnehin schon große Hörde überwunden, einen der seltenen Organismen aufzutreiben, so gilt es dann noch, ihn auch zu fangen. Denn gegen aller pflanzlicher Logik sind die Volvokia dazu befähigt, sich äußerst agil zu bewegen. Deshalb man sie allgemein als Organismen bezeichnet, da sie sowohl tierische als auch pflanzliche Eigenschaften vereinen. Erneut knurrte den Magen aufforderungsvoll und verdrängte so die biologische Analyse und ersetzte sie durch Hunger. Aminusreis wusste es nicht, wie er mit diesen seltsamen kugeligrunden Wesen mit Stacheln und einer rosa-roten Blüte auf der Oberseite verfahren sollte, die sich in unregelmäßigen Sehen einer der Volvokia zu nähern. Ohne zu wissen, dass diese Wesen über keine Augen verfügten, sondern mittels einer magischen Aura ihre Umwelt wahrnehmen, was dazu führte, dass der Held nur bis auf einige Meter herankam, ehe die eine Volvokia mit einem schnellen Sprung einige Meter weiter floh, wobei ein kurzes und heiteres in hohen Ton ertönte. Überrascht geht der Held inne und seine Augen weiteten sich. Doch dann konzentrierte er sich erneut und legte sich auf den sandigen Boden, um an seine Beute ranzurobben. Doch wieder kam er bloß auf wenige Meter heran, ehe die Volvokia erneut mit fröhlichem Ausruf den Sprung weg von ihm machte. Der Held stand auf und ging bestrebt auf das Wesen zu, doch erneut entflurte mit einem Volvokia zu und holte weit mit den Arm aus um sie ungeachtet der Stacheln zu empfangen. Doch agil kullerte sich der Kaktus durch seine geöffneten Beine und gab ein fröhliches von sich. Schnell drehte der Held sich um und hächtete den Kaktus nach, der schnell zurücksprang. Einige weitere Häschsprünge folgten, die immer wieder mit einem Ausfall beantwortet wurden. So kam Aminusse schnell außer Atem und ihn verließ die Kraft, dass es ihm nicht mehr gelangt sich aufzuraffen und er keuschend auf dem Bauch liegen blieb und nach Luft schnappte. Die Sonne brannte er nieder und er verspürte ein friedvolles Gefühl und wurde müde. Doch er seine Augen geschlossen hatte, wurde er von einem besorgten Aufmerksam gemacht. Langsam hob er seinen Kopf und sah direkt vor ihm stehend einige Volvokias. Jene, die direkt vor ihm stand, hatte neben ihrer Blüte einen kleinen Volvokia Knospe. Die Volvokia schüttelte sich und die Stacheln fielen von der Knospe ab. Ein weiterer Schüttel folgte und die Knoster fiel hernieder, direkt vor Ominusseus Gesicht. Für mich? brachte er schwach hervor. Die Volvokia hüpfte kurz einige Zentimeter auf und tönte Ominusseus verstand die Antwort zwar nicht, doch bedankte er sich und aß die Knospe. Sofort verflogen Hunger und Müdigkeit und er spürte einen Kraftschub durch seinen Körper fließen, der ihn vollkommen zu regenerieren schien. Wow, das war wirklich gut. Sprach er zu sich selbst. Er, die Volvokia, die ihm das Geschenk gemacht hatte, anblickte und fort vor Du hast deine Knospe, also dein Kind geopfert, um mich zu retten? Wieso tust du das? Ich habe versucht, dich und die anderen deiner Art zu verspeisen wie ein Raubtier, das nach Beute jagt und du rettest mir dennoch das Leben? Piki! Er töntes zustimmend, Eominusseus irritiert antwortete Danke! Auf einmal war ein leichtes Krumm zu hören, das von einem vibrierenden Boden begleitet wurde, was die Wolvogias in helle Panik aufliebsen ließ und sie schnell die Flucht ergriffen und sich im Sand eingruben. Irritiert stand Eominusseus reflexartig auf und versuchte Situationen zu verstehen. Einige Sekunden später in die lebensfeindliche Umgebung, die nur noch aus Sand umgeben von schroffen Klippen bestand, da sich sämtliche Kakteen eingebuddelt hatten. Auf einmal blickte der Held in einiger Entfernung, dass sich auf der Düne entlang, auf der er sich befand, eine sanfte, erhobene Linie sich bildete, die sich ihm sförmig näherte. Was konnte das sein? Entweder bewegte sich diese Wüste überaus selektiv, oder etwas bewegte sich in ihr. Als er diesen Gedanken zu Ende dachte, hob er erschrocken die Augenbrauen und reißt die Augen auf, die er im Blick nach unten glitt und er so sah, dass die Linie fast erreicht hatte. Oh Mist, das hier muss die Insel Cabritalta sein! rief er ängstlich aus und hechtete nach hinten. Kein Moment zu spät, denn gerade als er sich weggehechtet hatte, sprang aus dem Boden die riesige Donnerschlange Spratzel auf, der am Körper vor statistischer Elektrizität glitzte. Das Aussehen dieses Ungetüms war mit dem Wort Schlange überaus gut getroffen. Der Körper war schlangenförmig und ging an der Oberseite in einen Kobra-Kopf über, während der Schwanz jedoch verdickt war und wie jener einer Klapperschlange wirkte. Auffallend waren jedoch die herausstehenden zackenartigen Schuppen, welche sich in drei Reihen wellenförmig über die Rückseite des Schlangenkörpers entlang zogen. Auch so wie das auffällige Augenmuster unterhalb des Mauls aus den zwei scharfe Giftzähne ragten. Der Kölnartige Schwanz war als Waffe umgebildet worden und glich ein Morgenstern, jedoch mit dem Unterschied, dass er lang gezogen war und die Stacheln ebenfalls durch Zacken ersetzt waren. So eilig hatte ich es dann eigentlich doch nicht mit dem Erfüllen der Aufgaben, sprach Ominusos, während er die Schlange beobachtend aufstand. Diese schnellte mit ihrem Kopf herab und versuchte den Helden zu verspeisen. Doch dieser wisch mit einer Rolle aus, sodass durch die langen Zähne des Untiers im sandigen Boden vergruben. Schnell sprang Ominusos vor die Schlange und schlug mit seiner Faust auf das Auge. Doch die elektrische Ladung tat ihr übriges, indem sie den Helden schockiert zurückwarf. Ominusos war von dem elektrischen Schock noch völlig gelähmt und dachte bei sich, als er die Keule in der Luft sah, jetzt ist es aus und vorbei. Untertitelung